Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend... Ah, da gibt's sogar den Verdachtraum. Ich muss da mal gucken. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Zu dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor um aufzureihen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Wo ist denn jetzt da? Ach, da gehst du jetzt hin? Warte mal. Was ist denn das? Gibt's hier nicht im Apartment? Ne. Mach ich mal weiter. Auf zur Mission! ! 1034 Achtung Körperverletzung beim Meatpacking-District wurde ein Vorfall gemeldet. Machen wir mal gesehen hier und dann. Kann man das irgendwie überspringen oder so? So Hauptmission ist da lang, ne? 500 Meter. 1030, wir haben einen bewaffneten Raubüberfall. Brauchen Sie sofort Einheiten in Chelsea. Over. Erstmal nochmal meinen Anzug machen. Ist auch wichtig. Und wieder mal den Lade-Lade-Lade-Bildschirm. Den Lade-Lade-Lade-Bildschirm. Jetzt ist er vorbei. Kann nicht weiterspielen. Ah hier. Dude. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Ist auch nur gut für dich. Kannst du ein bisschen an deinen Netzen feilen. Voll zerrissen, die Scheiße. Scheiß Kingpin. Fett die Fett. Parker. Dr. Octavius. Ich, äh, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Jetzt weiß er, dass ich Spider-Man bin. Es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht Sie das auch zur Zielscheibe? Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Ja. Wenn ich das mal glaube, Alter. Dann machen Sie mal. Ärger vorprogrammiert. Sehe ich jetzt schon. Ich will jetzt einen Anzug arbeiten. Ich schlafe nur. Schlaftablette. Lesen Sie Ihre E-Mails. Dann checke ich mal meine E-Mails, wa? Au, am Arbeitsplatz. Schlaftablette. Ich bin so froh, dass ich euch das nicht vorlesen muss. Weiße Spinne. Ach, das ist dieser neue Spidey-Anzug. Den hier. Genau den. Dann haben wir hier noch. Zack. Das müsste gehen. Okay. Jetzt haben wir eine weiße Spinne auf der Brust. Zeig dich. Zeig dich. Sorry, bin spät dran. Ich komme. Siehst gut aus, buddy. Dankeschön. Hallo, New York. Das ist mein Spruch. Neuer Anzug. Altes Ich. So. Erstmal gucken. Spiderman. Ich weiß jetzt, wie Fisk... Na gleich. Leute, das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Ich mach erstmal hier. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Gepäste. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Damit das die frei ist. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst. Und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Spidey, don't worry, man. Rage it to fly. Das war gerade Englisch. So, zweite von drei von Greenwich. Man kann doch überspringen. Ich bin blind. So, und jetzt bei der Hauptmission. Da ist der letzte. Gut, dann mach ich mal mich auf den Weg. 900 Meter. Kein Problem für Spidey. Alle Einheiten. Zeugen melden Entführung. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Mein Anzug enthält einen Algorithmus, der die Spur der Entführer berechnen kann. Meine treuen Zuhörer. Bürstenköpfe nennen sie sich. Worum auch immer. Erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems. auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen Sie? Ups. Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser Inkompetenten... Ich hab nie für Fisk gearbeitet. Oh, alle umgebatzt. Umgebatzt. Der ist echt abgefahren. Er kann nicht sein. Er buchstab nicht. Das. Deswegen macht er das. Hallo? Arschloch. Komm nicht an ihn ran. Und wieder verloren. Nur weil ich einem helfen wollte. Spaghetti. Ab durch einen kleinen Park. Wenn ich hier mal so schwinge, kann ich ja mal euch sagen, dass ihr mich mal gerne supporten könnt, indem ihr mich abonniert. Wer klickt, Kommentare schreibt und die Glocke nicht vergessen, anzumachen, damit der noch mehr Videos von uns sieht. Ich wünsche euch viel Spaß mit Siscon. Ich habe eine Nachricht von Dork. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. So, mit Plänen von Otto kannst du jetzt aufprallennetz herstellen. Halte X gedrückt, um aufprallennetz herzustellen. Und neue Schildmark frei oder mit Teilen, die du in der Mission findest. Du kannst die einzelnen Geräte mit Marken verbissen. Verdiene Marken, indem du in der Mission und aktiviere die ganze Schade abschließt. Okay. Weiß gar nicht. Wo bist du, du Stinkli? Ihr macht uns das nochmal scheiße. Vergessen. Ach so. Du zeigst, nein, ich schieße jetzt. Achtung, ein Eindringling. Eine, der die Welt noch umschlackt hat. Wer ist da? Was ist das für ein Mist? Schön flug. Den machen wir fertig. Es ist Spider-Man. Okay. Genick gebrochen. Oh oh, noch mehr von denen. Spider-Man, wir haben vier illegale Waffenhändler im Radius von drei Schloss- und Baustelle verhaftet. Waffen-Schieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Er kommt. Schmack den! Was ist der Waffenhändler im Radius? Ja. Schmack den! Ich werde dir das Maul stoppen, für immer! Ich werde dir das Maul stoppen, für immer! Tschüss! Ich treffe immer! Ich auch! Entenden wir das! Die sind jetzt alle weg! Einer noch! Dein neuer Anzug verfügt über eine Anzugskraft! Das ist okay! Ja, weiß ich! Okay! Vulcan Rana! Ja! Komm her! Jetzt reicht's! Oh, hey! Mehr Typen! Willkommen zur Party! Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen! Es sei denn, ihr tragt keine Socken! Dann gilt, hofft euch gefälligst welche! Ich muss dir wegkriegen! Ich muss dir wegkriegen! Oh Mann! Es kommt auch, jetzt kommen auch immer, ein besiegt zehn neue! Ein besiegt zehn neue! Der Boss hat die Nase voll von dir! Und ich auch! Mach dir den Lärm aus! Mach dir den Lärm aus! Ich muss dir wegkriegen! Oh, hey! Mehr Typen! Willkommen zur Party! Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen! Es sei denn, ihr tragt keine Socken! Dann gilt, kauft euch gefälligst welche! Gleich werft ihr damit, wenn ihr wegbleiben sollen! Was? Ich bin endlich fertig! Heco! Er hält er nicht mehr durch! Ich bin endlich fertig, bevor er uns alle umbringt! Ich gucke nicht an ihn ran! Ah! Will jemand aufheben? Nein! Dann ist er in den Fickhörn eingeschwungen! Ja! 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 Komm runter und kämpfe! Wir erschaffen es schlicht alles! Natürlich schaffe ich euch alle! Ich rede gerade nicht, weil ich mich voll konzentrieren muss. Scheiße. Das ist ja auch mal jetzt gut. Alter. Das war ein Kampf. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette das und auch verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Ja, ich mach erst mal da den... Nein. Ich mach erst mal hier den Funkton. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Ich mach hier erst mal kurz den... Allerdings... Ist nämlich das auch freigelegt. Gelegt. Greenwich ist fertig. Der Stadtteil. So, dann... Fliegen wir mal zur Hauptmission, ne? Würde ich mal sagen. Genug Geplinkler für heute. Äh... 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 Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Warum bin ich jetzt auf einmal da? Okay. Wo ist das Empire? Da. Zack. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört hab und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Schön. Aber später bitte. So. Wir haben irgendwas neu hier im Anzug. Ist der zerrissene. Na, was haben wir hier? Alles klar. Und den Anfang Spidey. Dann haben wir noch den neuen. Den neuen. Ich glaub, der ist aus dem neuen Avengers. Den kenn ich gar nicht. Ich hätte aber den gerne. Geht der nicht. Geht der nicht. Boah, Alter. Rockout. Blitz. Was ist das? Alter, nee. Ich mach' Rockout. Anzugmodus. Verfügbar. Gelpolster. Achso. Kann ich das irgendwie herstellen. Okay. Nummer zwei. Was gibt's denn hier noch? Kampftag. So, sie kosten alle was. Die seh ich jetzt erst. So kann ich das noch. Gut. Geräte. Muss ich alles hier alleine machen. So, drei Fähigkeitenpunkte. Was gibt's hier? Pistolen und Stockreißen. Ja, das brauch ich auf jeden Fall. So, was ist denn das? Punktsprungboost. Alter. So. Nochmal eine Verteidigung. Perfekter Treffer. Drücke vier in dem Augenblick angeflammelt. Okay. So, dann bin ich erst mal gut drauf, wa? Ist der Avenger-Turm? Hm, es ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. So deaktivieren. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung... Nochmal kurz warten. Schwinge ich erst mal hier hin, ne? Oder? Von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay. Ich hab noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Erstmal dazu in der Antenne gehen. Oh, die Mission freigeschaltet. Und immer aus Polizeigebäuden. Verstehe ich nicht. Spider-Man, die Situation ist unter Kontroll. Ich hab' das Midtown freigeschaltet. 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 So, aber ich seh' keine neue... Dings. Move-Liste. Sag mal, hier schönes Neues. Bedrückt halten. Achso, okay. Gott. Und dann kann ich doch mal kurz da hin. Gleich. Geht's blöd. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. 58 Meter. Da. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter. Wir sind alle bereit für die Fahrt. Wir warten nur auf dich. Spider-Tracer. Cool, bin unterwegs. Okay. Gut, dann machen wir diese Mission in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ich sehe euch auch in der nächsten Folge. Bis dann. Euer Jay für Siscon. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.